Wie will ich leben? In meinem Leben ist tatsächlich beruflich und privat eigentlich eins. Ich merke, in meinem Kopf gibt es da gar keine Trennung. Wie werde ich besser? Meine Lebenserwartung, wo ich gern hin möchte, sind 119 Jahre alt. 119. 119, genau. Wie rette ich die Zukunft? Wir wollen ja eine Verkehrswende und wir wollen auch die Natur retten. Johanna-Maria Knote trifft Menschen, die hinter ihren Überzeugungen stehen. Wo steckst du gerade? Ich bin gerade in Islaraband. Warum tut ihr die Handys weg? Weil es ja schon vorgekommen ist, dass die Polizei uns abholen hat, ja. 100% konsequent. Das ist mir so 20 Minuten passiert, nachdem wir gesprochen haben. Es wird auf mich dann mehrmals eingetreten. 100% solidarisch. Alle Dinge, die im Kanthaus sind, sind für alle von allen. Ich fühle mich total am richtigen Ort. 100% extrem. Bist ein Cyborg. Ich bin ein Cyborg. Ich vermute ungefähr 40 Chips in mir. Leben ohne Kompromisse. Also wenn ich was zu 100% mache, dann auch deshalb, weil ich das machen möchte. 100% die SWR-Doku-Reihe. Jetzt ansehen. ARD Mediathek.